Hallo Leute auf YouTube, ich bin der Eumel und ihr kennt mich vielleicht aus den Rocket League Aufnahmen von Sarius. Wir haben uns überlegt den Kanal ab jetzt zusammenzuführen, ich komme also als Partner mit rein und wir werden ab sofort auch öfter Multiplayer Projekte aufnehmen, aber auch Singleplayer Projekte wird es weiterhin in Zukunft geben. Guckt euch nochmal das Begrüßungsvideo an, da erfahrt ihr wie die Zukunft des Kanals aussieht, was wir alles zocken werden und zwar alles querfällt ein, was unterhält wird angespielt. Tja und ich würde sagen, mehr gibt es auch nicht zu sagen, wir sehen uns dann online.